Diese Meditation dient Deiner Heilung in allen Bereichen Deines Seins. Während dieser Einschlafmeditation wirst Du Dein gesundes Selbst visualisieren und Dich ab heute unterbewusst nach dieser geistigen Vorlage ausrichten. Heilung wird auf vielen Ebenen geschehen. Heilung Deiner Beziehungen, Deines Körpers und Geistes, Heilung Deiner verborgenen Strukturen bis hin zur Heilung der Ahnenlinie und des eigenen Karmas. Mein Name ist Raphael Kempermann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu dieser geführten Einschlafmeditation von Chakra Tunes. Wenn Du diese Meditation zum Einschlafen nutzt, dann mach es Dir nun ganz bequem in Deinem Bett. Lösche das Licht und entspanne Dich. Ich werde Dich in diesem Prozess begleiten und anleiten. Ab jetzt gibt es nichts mehr für Dich zu tun. Du kannst Dich ganz Deiner Entspannung hingeben. Wenn Du magst, dann schließe nun Deine Augen. Komm mal jetzt ganz hier an, in diesem Moment. Und mit dem Ausatmen entweicht alle Unruhe. Nimm wahr, wie Du Dich jetzt gerade fühlst. Fühl mal in Deinen Körper. Einfach nur wahrnehmen, was jetzt gerade da ist. Ja, jetzt sind alle Gefühle willkommen. Du musst jetzt nichts mehr darstellen, nichts mehr leisten, nichts mehr verbergen. Du darfst genauso sein, wie Du bist. Wir beginnen nun mit einer reinigenden und stärkenden Visualisierung. Stell dir mal vor, wie goldene Farbe durch den höchsten Punkt Deines Kopfes in Deinen Körper fließt. Sie fließt durch Deinen Körper hindurch bis in die Fußspitzen. Die goldene Farbe füllt Deinen Körper nach und nach. Falls Du Dich mit Visualisierungen schwerst. Dann wechsle in die emotionaler Ebene und spüre, wie sich Dein Körper nach und nach mit der goldenen Farbe füllt. Deine Füße füllen sich mit der goldenen Farbe und sie steigt weiter, und sie steigt weiter Deine Beine hinauf bis zu den Knien, die Oberschenkel, die Oberschenkel bis zu Deiner Hüfte. Deine untere Körperhälfte ist nun ganz gefüllt mit der goldenen Farbe. und sie steigt weiter auf und füllt Deinen gesamten Bauchraum, füllt Deine Brust und sie steigt weiter auf bis in Deine Schultern. Sie fließt Deine Arme hinab bis in die Fingerspitzen. Die goldene Farbe füllt Deine Hände, Deine Unterarme über die Ellbogen, und sie steigt weiter auf und füllt Deinen Halt und nach und nach Deinen gesamten Kopf. Dein ganzer Körper ist nun gefüllt mit der goldenen Farbe und erstrahlt in einem wunderschönen Licht. Bleibe einen Moment bei dieser Wahrnehmung. Ich möchte Dir nun zwei Ideen vorstellen. Du musst von diesen nicht überzeugt sein. Aber vielleicht kannst Du sie zumindest für die Dauer dieser Meditation annehmen. Erstens, alles ist Bewusstsein. Und Bewusstsein ist nicht nur das Wahrnehmen einer äußeren Realität. Es ist nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben. Wir projizieren ständig unsere innere Struktur in die äußere Welt. Alles, was sich jetzt in Deinem Leben befindet, ist Ausdruck Deiner inneren Welt. Zweitens, Du trägst die Verantwortung für alles, was jetzt da ist. Und ja, natürlich gibt es äußere Umstände, die zu dem führten, was nun ist. Aber das bedeutet nicht, dass Du Opfer dieser Umstände bleiben musst. Ich lade Dich ein, diese Verantwortung für einen Moment anzunehmen. Denn sie hält ein Geschenk für Dich bereit. Selbstermächtigung. Sprich mir im Geiste nach und lausche den Worten mit Deinem Herzen. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Meine Wahrnehmung wird immer feiner und ich erkenne mich. Vertrauensvoll und mutig folge ich meinem Herzen. Ich bin bereit für Transformation. Nimm nun noch einmal drei tiefe Atemzüge und lass Dich ganz tief in die Entspannung fallen. Entspanne Dich immer weiter und folge mir im Geiste. Du stehst am Fuße eines Berges. Soweit Dein Auge reicht, siehst Du wunderschöne, saftige Wiesen. Ihr gesundes und volles Grün sticht Dir in die Augen. Die Sonne steht hoch oben und wirft ihr warmes Licht auf Dich. Ein sanfter Wind berührt Deine Haut. Du atmest die angenehme Luft tief ein und aus und streckst Deinen Kopf der Sonne entgegen. Ihr goldenes Licht berührt Dich und Du nimmst es ganz tief in Dich auf. Es ist ein wunderschönes Gefühl, die warmen Sonnenstrahlen auf Deiner Haut zu spüren. Ja, Du fühlst, wie Dein Körper gereinigt wird. Und auch Dein Geist klärt sich immer mehr auf. Du könntest hier ewig stehen, Beschienen von den goldenen Strahlen und sanft berührt vom warmen Wind. Hier ist so viel Raum und Freiheit. Du richtest Deinen Blick auf den Berg und entscheidest Dich, ihn zu erklimmen. Du läufst aufwärts und es fühlt sich gut an. Die Belastung des Marsches lässt Dich Deine eigene Kraft spüren. Nach und nach gewinnst Du an Höhe. Und immer wieder mal schaust Du zurück in das Tal, das immer kleiner und kleiner wird. Schließlich erreichst Du ein Plateau, auf dem Du Dich zufrieden niederlässt. Von hier oben hast Du eine wunderschöne Aussicht und es ist auch nicht mehr allzu weit bis zur Spitze des Berges. In Deiner Nähe steht ein verwittertes Schild. Du gehst darauf zu und untersuchst es. Es ist eine alte Holztafel, umrangt von bunten Blumen und Blättern. Und in einem der Blätter erkennst Du eine kleine Raupe, die sich bereits verpuppt hat. Du schiebst die Ranken etwas zur Seite, um die Inschrift des Schildes besser lesen zu können. Dort steht geschrieben alles, was ist. Unter der Schrift ist ein wunderschöner Kristall in das Holz eingelassen. Ganz vorsichtig und sanft berührst Du den Kristall und Du fällst in einen Trance-ähnlichen Zustand. Vor Deinem inneren Auge siehst Du Dein Leben, so wie es jetzt ist. Die guten und stimmigen Dinge und auch die nicht-guten und nicht-stimmigen. Nimm Dir nun einen Moment Zeit und betrachte Dein Leben, wie es im Moment ist. Lasse die inneren Bilder einfach aufsteigen. Erzwinge nichts, sondern schau, was sich Dir zeigt. Erzwinge nichts, sondern schau, was sich im Moment ist. Erzwinge nichts, sondern schau, was sich im Moment ist. Erzwinge nichts, schau, was sich im Moment ist. Du kehrst zurück aus dieser kurzen Trance und schaust auf den Kristall. Er leuchtet in einem wunderschönen indigo-blauen Licht. Du wendest dich von dem Schild ab und setzt dich langsam in Bewegung in Richtung der Spitze des Berges. Obwohl der Anstieg immer steiler wird, fällt dir das Gehen immer leichter. Es ist, als würdest du immer mehr Gewicht verlieren, fast so, als würdest du nach oben schweben. Schließlich erreichst du den höchsten Punkt und auch hier ist ein kleines Plateau, in dessen Mitte ein goldenes Schild steht. Du schaust dich einmal nach allen Seiten um und bewunderst diesen fantastischen Ausblick. So viel Raum, so weit dein Auge reicht. Es ist wunderschön hier oben, eine eigene Welt und wie angenehm, dass alles so klein, so weit weg ist. Du gehst auf das Schild zu und siehst die goldenen Verzierungen. Es ist wunderschön anzusehen. Und hier kannst du die Inschrift ganz deutlich lesen. Es steht darauf geschrieben, so wird es sein. Kaum hast du die Inschrift gelesen, landet ein kleiner, bunter Schmetterling auf dem Schild. Ein gutes Zeichen. Die Meisterin der Transformation ist da. Und auch hier ist wieder ein Kristall eingelassen und wieder berührst du diesen sanft. Du streifst ganz zart mit deinen Fingern über ihn und da verändert sich die Umgebung. Du stehst auf einem weiten Feld aus reinem Licht. So weit dein Auge reicht, kannst du nicht außer diesem wunderschönen Licht erkennen. Es sieht aus, als würden Lichttropfen vom Himmel fallen, schimmernd, leuchtend, glitzernd. wie Diamanten. Diamanten. Die Lichttropfen gleiten an dir hinab und du spürst ihre ganz besondere Wirkung. Die Lichttropfen reinigen dich. Es ist eine energetische Reinigung. Es ist, als würde alle Last von dir genommen, alle dunkle Energie, alles, was dich klein hält, alles, was dein Herz beschwert. hat. Es ist ein wunderschönes Gefühl, als würdest du immer leichter werden, als würdest du aus deiner alten Haut wachsen, als würdest du bis in den Himmel ragen, immer leichter und größer werdend. Und es fühlt sich ganz leicht und natürlich an. Nicht so, als würde dir etwas Neues gegeben, sondern, als würde sich deine wahre Natur zeigen und eine Illusion von dir abfallen. Du fühlst diese unendliche Kraft und Freudentränen kullern über deine Wangen. Wie konnte es geschehen, dass ich mich selbst vergaß? Visualisiere nun aus dieser Kraft heraus ein Bild deines Lebens, in dem du erfüllt, gesund und ganz bist. Denke nicht darüber nach, wie du diese Ziele erreichen willst, sondern einfach, wie dein Leben jetzt aussieht. Jetzt, ganz gesund, glücklich und im Einklang mit allem. und im Einklang mit allem. Wie fühlt es sich an, so zu sein? Was nimmst du wahr? Gestatte dir, diese Gefühle durch deinen ganzen Körper strömen zu lassen. Nimm in vollen Zügen. Koste diesen Moment ganz aus. Erfülle dich und deinen Körper bis in die tiefsten Bereiche hinein. Fülle jede deiner Zellen mit dieser wunderschönen Kraft. Ja, das bist du. Genau das. Fülle jede deiner Zellen mit dieser Zellen mit dieser Zellen mit dieser Zellen mit dieser Zellen. Und wieder kehrst du zurück in dein alltägliches Bewusstsein. Der Kristall gehört nun zu dir. Du weißt ganz intuitiv, dass er dich ab heute begleiten wird, um deine Reise auf dem Weg des Herzens zu unterstützen. Er repräsentiert dieses soeben geschaffene Bild deines Gesunden Selbst. Er symbolisiert deinen Weg der Bewusstwerdung und Heilung. Verhalte ihn bei dir und von nun an wirst du jeden Tag ein Stück wacher und bewusster. Immer deutlicher wirst du erkennen, was du im Leben vermehren willst und wovon loslassen. Er schenkt dir Mut und Kraft, dem Weg deines Herzens zu folgen, vor allem dann, wenn du unsicher und ängstlich bist. Er hat die Kopie deines Heilen selbst gespeichert und er wird dir ab nun zur Orientierung dienen. Du bist ein stiller und kraftvoller Wegweiser hin zu dem, der du in Wahrheit bist. Du bist heil. Du bist ganz. Du bist verbunden. In dir ist ein goldner Kern, der immer schon ganz heil erstrahlt. Ganz gleich wie viele Narben über diesen liegen, dein Kern ist heil und ganz die ganze Zeit geblieben. Dankbar steckst du den Stein in deine Tasche. Es scheint viel Zeit vergangen zu sein, denn die Sonne steht schon tief am Horizont. Die ersten Sterne und auch die Mönden erscheinen dort am Firmament. Dein Herz geht auf, um so viel Schönheit. Ein warmer Wind berührt dich sanft und streichelt deine Schultern. In deiner Nähe findest du einen kleinen Felsvorsprung, der dir als Unterschlupf dient. Du legst dich hinein und bemerkst, dass du ganz angenehm weich darin liegst und du schaust nach oben in den Himmel und unendlich viele Sterne schauen sanft auf dich hinab. Nun ist die Zeit, alles loszulassen. Alles, was ist und alles, was wird, Vertraue, alles wird sich zeigen im richtigen Moment. Schlafe nun ein oder lausche noch etwas den Affirmationen. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Mein Bewusstsein ist klar. Ich erkenne mich. Ich gehe den Weg meines Herzens. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin ausgeglichen. Ich bin voller Kraft, Gesundheit und Lebendigkeit. Ich bin in vollkommener Harmonie. Ich erkenne meine Strukturen. Ich bin ganz. Ich bin verbunden. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Ich bin voller Kraft und Gesundheit. Ich bin zufrieden und glücklich. Ich führe tiefe und gesunde Beziehungen. Ich lebe meine Liebe. Ich habe einen gesunden Körper. Ich habe einen gesunden Geist. Ich atme tief und frei. Ich folge meiner Energie. Ich entscheide mich für Gesundheit. Ich vertraue den Impulsen meines Herzens. Ich vertraue meiner Intuition. Ich werde von Tag zu Tag bewusster. Ich lade Gutes in mein Leben ein. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit. Ich gehe den Weg der Heilung. Ich bin bereit für Transformation. Ich folge dem Licht. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Mein Bewusstsein ist klar. Ich erkenne mich. Ich gehe den Weg meines Herzens. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin ausgeglichen. Ich bin voller Kraft, Gesundheit und Lebendigkeit. Ich bin in vollkommener Harmonie. Ich erkenne meine Strukturen. Ich bin ganz. Ich bin ganz. Ich bin verbunden. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Ich bin voller Kraft und Gesundheit. Ich bin zufrieden und glücklich. Ich führe tiefe und gesunde Beziehungen. Ich lebe meine Liebe. Ich lebe meine Liebe. Ich habe einen gesunden Körper. Ich habe einen gesunden Geist. Ich atme tief und frei. Ich folge meiner Energie. Ich entscheide mich für Gesundheit. Ich vertraue den Impulsen meines Herzens. Ich vertraue meiner Intuition. Ich werde von Tag zu Tag bewusster. Ich lade Gutes in mein Leben ein. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit. Ich gehe den Weg der Heilung. Ich bin bereit für Transformation. Ich folge dem Licht. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Mein Bewusstsein ist klar. Ich erkenne mich. Ich gehe den Weg meines Herzens. Ich bin gesund. Ich bin ausgeglichen. Ich bin voller Kraft, Gesundheit und Lebendigkeit. Ich bin in vollkommener Harmonie. Ich erkenne meine Strukturen. Ich bin ganz. Ich bin ganz. Ich bin verbunden. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Ich bin zufrieden und glücklich. Ich führe tiefe und gesunde Beziehungen. Ich lebe meine Liebe. Ich habe einen gesunden Körper. Ich habe einen gesunden Geist. Ich atme tief und frei. Ich folge meiner Energie. Ich gehe. Ich entscheide mich für Gesundheit. Ich vertraue den Impulsen meines Herzens. Ich vertraue meiner Intuition. Ich werde von Tag zu Tag bewusster. Ich lade Gutes in mein Leben ein. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit. Ich gehe den Weg der Heilung. Ich bin bereit für Transformation. Ich folge dem Licht. Ich bin nicht heil. Ich bin ganz. Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Füller und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Mein Bewusstsein ist klar. Ich erkenne mich. Ich gehe den Weg meines Herzens. Ich bin gesund. Ich bin ausgeglichen. Ich bin voller Kraft, Gesundheit und Lebendigkeit. Ich bin in vollkommener Harmonie. Ich erkenne meine Strukturen. Ich bin ganz. Ich bin ganz. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Ich bin voller Kraft und Gesundheit. Ich bin zufrieden und glücklich. Ich führe tiefe und gesunde Beziehungen. Ich lebe meine Liebe. Ich habe einen gesunden Körper. Ich habe einen gesunden Geist. Ich atme tief und frei. Ich atme tief und frei. Ich vertraue den Impulsen meines Herzens. Ich vertraue meiner Intuition. Ich werde von Tag zu Tag bewusster. Ich werde von Tag zu Tag bewusster. Ich lade Gutes in mein Leben ein. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit. Ich gehe den Weg der Heilung. Ich bin bereit für Transformation. Ich folge dem Licht. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Füller und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Mein Bewusstsein ist klar. Ich erkenne mich. Ich gehe den Weg meines Herzens. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin voller Kraft, Gesundheit und Lebendigkeit. Ich bin in vollkommener Harmonie. Ich erkenne mich. Ich erkenne meine Strukturen. Ich erkenne meine Strukturen. Ich erkenne meine Strukturen. Beantwortung für mein Leben. Ich bin voller Kraft und Gesundheit. Ich bin zufrieden und glücklich. Ich bin zufrieden und glücklich. Ich führe tiefe und gesunde Beziehungen. Ich lebe meine Liebe. Ich lebe meine Liebe. Ich habe einen gesunden Körper. Ich habe einen gesunden Geist. Ich atme tief und frei. Ich folge meiner Energie. Ich entscheide mich für Gesundheit. Ich vertraue den Impulsen meines Herzens. Ich vertraue meiner Intuition. Ich werde von Tag zu Tag bewusster. Ich lade Gutes in mein Leben ein. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit. Ich gehe den Weg der Heilung. Ich bin bereit für Transformation. Ich folge dem Licht. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Mein Bewusstsein ist klar. Ich erkenne mich. Ich gehe den Weg meines Herzens. Ich bin gesund. Ich bin gesund. glücklich. Ich bin voller Kraft, Gesundheit und Lebendigkeit. Ich bin in vollkommener Harmonie. glücklich. Ich erkenne meine Strukturen. Ich bin ganz. glücklich. Ich bin verbunden. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Ich bin voller Kraft und Gesundheit. Ich bin zufrieden und glücklich. Ich führe tiefe und gesunde Beziehungen. Ich lebe meine Liebe. Ich habe einen gesunden Körper. Ich habe einen gesunden Geist. Ich atme tief und frei. Ich folge meiner Energie. Ich entscheide mich für Gesundheit. Ich vertraue den Impulsen meines Herzens. Ich vertraue meiner Intuition. Ich werde von Tag zu Tag bewusster. Ich lade Gutes in mein Leben ein. Ich bin voller Freude und Dankbarkeit. Ich gehe den Weg der Heilung. Ich bin bereit für Transformation. Ich folge dem Licht. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin ganz heil. Ich bin, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin.